Okay, verstehe ich das richtig. Ich gebe ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und ich stoppe die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Verpass ich heute Abend die erste und dann werden wir irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an, ich versuch dir nur zu helfen. Du hast dich erkältet. Nein, mir geht's dir einfach nicht gut. Allein schaffe ich das nicht. Musst du ja, ich bin ja nicht die Einzige, die den Traktor fahren kann. Aber Anne fährt morgen wieder. Komm, bleib doch einfach noch ein bisschen länger. Anne? Was ist denn jetzt wieder los? Sag mal, weißt du was sie hat? wer ja nicht das ist und dann geht's dir einfach doch nicht. Ich habe es jetzt.